Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute wollen wir noch mal zwei von den Zuckerstart aufmachen und wollen mal gucken, welche Figuren wir da diesmal drinnen haben. Als erstes hier wieder die Übersicht und Spieler Nummer 1 ist Lahm. Den habe ich auch noch nicht. Gut. Also, das zweite Paket. Mal schauen, wer drin ist. Auch wieder das Ding und Spieler Nummer 2 ist Schweinsteiger. Da weiß ich nicht, ob ich sollte meinen, den habe ich schon. Das kann ich noch nicht hundertprozentig genau sagen. Gut. Wie ihr wisst, wenn ihr drin bleibt, seht ihr die beiden Figuren jetzt in Nahsicht auf meinem Drehteller. Ich wünsche euch damit jetzt viel Spaß. Also, bis gleich. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020